hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge mit meint skywars und heute mal alleine heute wieder die ok zum ersten mal ich habe die heute schon mal aufgenommen zweimal ist mir bloß gerade erst aufgefallen dass das bild extrem scheiße war und deshalb nehme ich das jetzt nochmal und das ziel der challenge ist dass ich mich so gut wie möglich körper und dann halt so ein rei oder als größeres team auslöche da ich jetzt kann schon mal relativ gearscht bin ich freue ich mich natürlich dass es die sache solch aufgehen und die 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 Okay, die gehen nicht auf mich rauf, ich finde es sozial von denen, ich habe die vorher gefragt, ob sie mitmachen würden, ich habe keine Antwort bekommen, aber ich hoffe einfach mal ja. Den geht eigentlich wieder, ich habe vorher neuner wieder mal, und mann alter, kann ich auch nicht bauen. Ich glaube, ich baue mich auch gar nicht in die Mitte, ich laufe hier einfach nur an den Inseln rum, denn hier findet man meiner Meinung genauso gut wie es darf. Ich nehme die Sachen jetzt einfach mal mit, damit ich dann später mal... Ich, hä, lol, was ich mitbekommen? Ach, Leute, ist mir jetzt egal, ich gehöre mich trotzdem in den Spielern, damit ich gewinnen kann. Na komm, weg, 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 weg. Wann ist das jetzt noch? Nein, das ist natürlich dann auch kein Team, wann die Challenge funktioniert wäre ganz gut. Da hofft man einmal auf die Spieler von Gomor und danach verkacken sich. Ich weiß nicht, ob ich da unten heranringe oder so, aber... Das Video muss jetzt demnächst kommen. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeit dafür. Ja, Leute, und was ihr euch fragt, was so für Projekte anstehen in den nächsten paar Wochen? Da ist, wie gesagt, ein wahre Projekt. Ähm, habe ich noch nicht gesagt. Den Trailer werde ich euch unten in der Beschreibung mal verlinken. Jetzt bin ich richtig gearscht, wenn er jetzt runter springt, ich hole. Nö, 東 Ja, na gut Leute, lasst doch ein Like und ein Abo, schaut dann nicht mal wieder vorbei und schau! Schau! Untertitelung des ZDF, 2020